Servus, ich weiß nicht wie es euch geht, aber zur Zeit bekomme ich vor jedem Video immer nervige Werbung angezeigt. Von irgendwelchen Fuzzis in Anzügen, die einem verraten, wie auch du möglichst schnell an Geld kommst und mit welchen Easy-Going-Tipps du reich, berühmt und ein Womanizer wie KuchenTV wirst. Da ich aber kein überteuertes Webseminar oder ne billig Powerpoint-Präsentationspaket erstehen will, bleibt einem dann nur noch die Möglichkeit Geld anzuhäufen, indem man zufällig die Oma kurz vor der Treppe mit viel Schwung anstupst. Oder man schaut sich die vielen kostenlosen YouTube-Tutorials für maximalen Erfolg an. Denn solange der eigene YouTube-Kanal ungefähr so beliebt ist wie 5-Klässler Armin, der sich beim Lehrer meldet, dass die Hausaufgaben doch noch nicht besprochen worden sind, ist man abseits des täglichen Pfandsammelns am Bismarckplatz auf andere Einkommensquellen angewiesen. Deswegen schießt gerne eine Mitgliedschaft ab, abonniert den Kanal und drückt und hittet den Like-Bubben. Vielen Dank. Und diese Kanäle versprechen dann ein bisschen aus der Klemme zu helfen und deinen Sparschwein so richtig zu messen, sodass du in Zukunft so arm bist, dass du nur noch mit dem Taxi nach Hause fährst, damit die Schuhe nicht so schnell kaputt gehen. Und dann entdeckte ich Life-Coach Tobias Wachs und kam aus dem Staunen gar nicht mehr so raus. Denn Life-Coach Tobias Wachs oder Wachs oder wie auch immer der heißt, öffnete mir als erster die Augen für den maximalen Erfolg. Ja, so erreichst du jedes Ziel. Ja, das ist mein erstes Video aus der Reihe Wege zum Erfolg. Mache das deswegen konsequent so, ich bestrafe mich selber, ja. Wenn ich versage, dann bestrafe ich mich auch wirklich am eigenen Leib selber. Aber was ich zum Beispiel gerne mache, ja, ich zeig euch das mal kurz. Ihr stellt einen Topf auf eine Herdplatte, ja, dann macht ihr die Herdplatte an und dann legt ihr eure Vorhaut zwischen Topf und Herdplatte, naja. Life-Coach Tobias Wachs beschäftigt sich laut eigenen Angaben seit 10 Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung. Doch das ist nichts anderes als die gute alte Dobby-Hauself-Bestrafungsmethode. Sich die Hände bügeln, eine Mausefalle mit der Zunge auslösen, bei Rot über die Ampel gehen, versuchen das Nielpferdbaby einer Nielpferdmutter im Münchner Tierpark zu entreißen, die Bowlingkugel auf den Fuß fallen lassen, als Schalke-Fan in den Dortmunder Fanblock schauen. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu bestrafen. Und Tobias Wachs, ja, ist kein Life-Coach, ja, sondern wie dieses Video zeigt, ein Sadist, der die teuflische Seite von solchen Life-Coachs nicht versucht zu verschleiern oder zu verstecken. Sondern die er offenkundig ins Gesicht spuckt und damit ehrlicher und transparenter ist als 90% seiner Kollegen. Ja, ähm, ein Erfolgsschädling ist häufig ein Mensch. So, und äh, darauf will ich hinaus. Ja, ähm. Das Ganze ist einfach eine Verschwendung von Tinte und Blatt. Und man fragt sich ernsthaft, ob Life-Coach Tobias Wachs nicht schon bis zum Erdkern vorgedrungen ist bei diesem sinkenden Niveau. Life-Coach Kevin wäre ein viel passender Name. Der bringt durch seine Videos so viel Wind in dein Leben wie mein Ventilator. Und der bläst zum Vergleich ungefähr wie eine Dirne ohne Unterkiefer. Ich bin sexy. Du bist sexy. Die Welt ist sexy. Peace over. Und ständig dieses Ja, was jetzt schon auf meinem Platz 2 der nervigsten Geräusche ist und das noch vor dem Gekratze von Nägeln auf einer Tafel oder einem Teenager, der über eine Kloschüssel hängt, weil beim Konsumieren von Wodka Bull einfach mal wieder zu viel Bull drinnen war. Die Stimme ist quasi Udo Lindenberg, wenn man sie auf Wish bestellt. Von den dreckigen Fingernägeln her könnte es aber auch einer von den Ludolfs sein. Auch mit den vermittelten Tipps kann man ungefähr so viel anfangen wie ein Bruder mit seiner Schwester. Nämlich nichts. Selbst Fire Go uns erfolgreich denken war erfolgreicher gedacht. Aber natürlich ist das, was Life-Coach Tobias Wachs macht, nur ein simpler Troll, der eben diese Life-Coach-Kanäle ein bisschen auf den Arm nimmt und mich tatsächlich das eine oder andere Mal zum Schmunzeln gebracht hat. Im Endeffekt ist das Ganze ein harmloser Spaß, wenn man sich einfach nur an diesen billigen Videos erfreut und sich keine wirkliche Hilfe erwartet. Man könnte hier in der Tat aber noch mehr Gags einbauen und satirischer das Ganze noch weiter auf die Spitze treiben und damit sogar einen echt tollen Parodie-Kanal starten. Das heißt, Potenzial ist mit der Kombination von stupiden Argumenten und billigem Gekrage auf dem Papier tatsächlich vorhanden. Genutzt wird es nur noch nicht ganz. Also lieber Life-Coach Tobias Wachs, schreibe da noch wenig mehr an deinem Kanalkonzept und dann könnte das Ganze natürlich ein großer Erfolg werden. Aber bitte lasst das mit der Eigenwerbung in den Kommentaren. Das nervt einfach. Super. Und somit habe ich als YouTube-Coach ungeschminkter Blackscreen meine Pflicht getan. Abonniert gerne meinen Kanal, um auch kostenlos in Unterhaltungsvideos geschult zu werden. Checkt meine Social-Media-Kanäle in der Beschreibung ab, um private Coaching-Sessions zu erhalten. Aktiviert die Glocke, um kein Meeting mehr zu verpassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Euer ungeschminkter Blackscreen. Broadcast yourself, broadcast together.